Heuleichens zusammen, liebe Leute. Ja, das Spiel Notruf 112, die Feuerwehr-Simulation hat ein Update bekommen. Und ich habe gesagt, sobald ein Update kommt, spiele ich es wieder. Und wir sind momentan beim Stand 1.0.6478b, also Beta-Patch. Ja, äh... Multiplayer ist immer noch Early Access und... Ein. Okay, die Sicht ist etwas anders, wenn man dann startet. Es läuft auch relativ hier gerade. EF1 haben wir neue F7. Wir haben ein WLF-Machinist. Und da war... Es läuft immer wieder, oder? Ich werde meinen F7.050 aufzeigen. Und da war... ja also wir können unserem kollegen ja ein bisschen mehr in die fratze gucken also die 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 sicht haben sie geändert okay der tanbom ist weg geschichte hier ist auch kommen wird haben lesen können haben wir jetzt immer noch klein flächen band ja probieren wir es doch gleich mal hier der kollege aus achtung kleinen flächen brand einsatz für tlf 2 dornenkamp und die drei gedrückt okay also die k.i. haben sie nicht verbessert die fährt katastrophal macht männchen also das tlf macht männchen aber ich gesehen der kollege nicht so ganz so okay realitätsmäßig ist es ja so hast ja recht verkehrsläckchen wir sichern straße ab wo 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 Zack, 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 hier. Zack. Jawohl. Es läuft, es läuft. Uh. Oh, nehm. Wir legen hier einen Kreis. Alles klar. Der funktioniert immer noch. Oh, 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 oh. Oh, das funktioniert jetzt sogar gut. Wir dämpfen das Feuer mal ein. Oh, hey. Ach komm. Machen wir die Mocke hier mal aus. Oh. Oh, alles klar. Wir legen noch einen Kreis. Eine Schlaufe, eine Schlaufe. Eine Schlaufe. Klopp. Super. Dann schließe Rolltor. Ah, nicht klar. So, gehen Fahrzeugtür. Ja, eine leichte Aufgabenänderung, die man hier festzustellen hat. Oh. Der Kollege zieht dran vorbei. Platz für die Drehleiter. Ist doch... Also, einsatz taktisch hat mir dieser Einsatz jetzt definitiv besser gefallen. nicht mehr. Og... Ich kulze mich. Ich bläde mich. Wir kör, was soll ich mitGR музыaderinnen für 노래j Litauen Klop Aff.. Wir gehen mit tipos. Yes, ich denke sehr, dass du das coil qualARA123 gesagt hast. Das ist das neue Person. Das ist genau. Also, das hält mich 잘, dass du dir genau herausfinden hast. Vielen Dank. Ja, Leute, seit dem letzten Livestream ist auch eigentlich so nichts passiert. Aber der Typ mit seinen Fahrkünsten macht mir echt Angst. Also der lässt ja schon das TLS-Männchen machen, ne? So, der Hälscher hat aber gut eingeparkt, muss man sagen. Am 5. September 2016 am Sitzort der Wattestöhe. Stark hier. So heißt der Schlüsselgergriff unterhaben. Okay. Also auch eine schöne Erklärung mittlerweile in dem Ganzen. Das Ganze ist lustiger an. Krümmel auf meinem Mauspad, das ist ja unglaublich. und schon so einen riesen Mauspad und spielt eigentlich schon am Spagat und genau da hinten in der Ecke, wo man seine Finger hat, mit einem kleinen Finger so, blöder Krümel. Spring, nein, nicht springen. Will ich endlich in diesem Spiel springen können? Depp, depp, depp. Das hat sich an der Sichtweise was. Depp, 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 depp. Depp, depp. Depp, depp, depp. Depp, 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 depp. Ja. Ja, ja, ja. So sieht's aus. E-Cabee-Branche. Ähm. Wir gucken uns den LKW-Brand eigentlich nur mal so an. Oh, der Junge hat halt das Schwede, der ist im Büro. Brandschutz. LKW-Brand. Einsatz für ELW LF24 DLK 2312 TLF1 RTW1 Nein, da lang. Ja? Da lang. Der Schiff sitzt schon drin. War ja klar. War ja klar, dass der Schiff schon wieder drin sitzt. Als Fahrer einsteigen. Motor an. Blaulicht an. Rein ins Getümmel. Äh, ich fahr' Außenansicht. Das ist mir lieber. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Alle da? Ja, der brennt, ne? Schauen wir mal, ob der Patch was gebracht hat von der Komplexität her. Dass es besser wird. Dann können wir mal gucken. Okay, ein Verteilereinstellung gebracht. Zwei C-Rohre, ein C-Rohr Richtung DL. Okay. Zwei C-Rohre, ein C-Rohre. Cooler Sache. Ja, er springt schon mal das letzte Stückchen raus. Genau. Okay. 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 Bleibt der Rest jetzt liegen oder was ist hier los? Okay. 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 Respekt Leute, Respekt, das war ein flüssiger Einsatz. Einsatzbereit über Funk melden. Ja, das war ein schöner Einsatz, liebe Leute. Ja, den restlichen Weg zur Wache noch zurückfahren. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Es gab, wie gesagt, ein Update, daher werde ich jetzt auch ein bisschen spielen. Und ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein, hier bei Notruf 112, liebe Rooster und bis dahin, ciao, ciao.